Hey! 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 Beste bist du? Der nächste kommt! Hup! 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 Zimmert hier daneben. Drei Fehler schon. Das geht auf das rechte Bein, denn das wird insbesondere belastend bei dieser Strafflute. Bei dieser guten Junior-Rolland, der Tütenverteidiger. Hey! 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 Juhu! Juhu! So, damit dürft ihr die Position drei. Wechseln! Ja! Ja! Nur der Roland ist wieder auf dem Podest. Eine Minute drei. Also, da ist jetzt der Vorsprung. Die beiden führen doch enorm. Und... Wolfgang Zimbal kämpft hier mit dem Gleichgewinn unter Strafrunde. Hoffentlich hat er auch genügend gedreht. Wir haben natürlich Strafrunde kontrolliert. Und wir haben hier am Skistand einen Bankelitz, ganz Bankelitz draußen schon wieder. Ja, das ist die Ausnahme von jedem. Und Bankelitz, fehlerfreie Geschosse. Jawoll! Im Grotian fehlerfreie Geschosse.